Stell dir mal vor, Lars wohnt in Dortmund und arbeitet in Essen. Lisa wohnt in Essen und arbeitet in Dortmund. Beide kostet die tägliche Hin- und Rückfahrt, Zeit und Nerven. Wäre es nicht clever, wenn die beiden ihre Wohnung einfach tauschen würden? Wie sieht es bei dir aus? Wünschst du dir auch eine andere Wohnung in einer Stadt deiner Wahl? Hast aber gar keine Lust auf überlaufende Wohnungsbesichtigungen oder überteuerte Maklergebühren? Tauschwohnung.com bietet dir die Möglichkeit, mit anderen Nutzern die Wohnung zu tauschen. Keine Maklergebühren, keine überlaufenden Besichtigungstermine. Genau in der Wohnung, in der du leben willst. Melde dich jetzt kostenlos und unverbindlich auf tauschwohnung.com an und schau dich um, in welche Wohnung du in Zukunft ziehen könntest. Schon tausend andere Menschen machen mit. Sei auch du dabei auf tauschwohnung.com und schau dich um, in welche Wohnung zu tauschen. Tut это lämmer, dass du durch��fst, was wie hier die Wohnung nichtkommtes Bijinha,